Ich kann nicht mehr. Ich bin schon total müde. Ich mach trotzdem weiter. Hier ist Dr. Helge Schneider mit seiner The Big Thing. Eine lange Nacht. Heute. Jetzt die Billardkugel. Die Billardkugel ist eine der ruhigsten Erfindungen der Welt. In der Geschichte ist es schon uralt, über 1000 Jahre alt und noch älter. Die alten Araber haben es nicht für nötig gehalten, die Kugeln, die vorher eckig waren, auch so abzufallen, dass sie gut rollten. Doch die alten Ägypter haben es übernommen, zusammen mit den Mayas. Und heute noch sieht man die Billardkugel oft im Straßenbild als Kopf. Das ist jetzt eine moderne Frisur, eine der modernsten Frisuren. Ja, viele Friseure haben sich auch umgestellt auf Glatzerasieren mittlerweile. So, das war's für heute. Noch nicht ganz. Es kommt noch eine Sendung, und zwar die Schluss zum Einschlafen-Sendung. Es geht weiter. Und heute geht's weiter mit der nächsten Sendung. Die letzte. Seit, 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 bis.